Oh ja, la 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 la... Puh, mir ist nix passiert. Das ist bloß rech's. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem echt tollen Video, das ich einfach jetzt mache. Das ist Wildzombie Online. Ein paar Fragen sehe ich vielleicht. Wo kannst du ein Zombie spielen? Von dieser App, Wildzombie Online. Sehr viele sind Animals und das ist auch klar, man weiß nicht, dass es eine zweite App ist. Und jetzt beginnen wir mit dem Spiel. Kletter mit Sandy. Sag mal Hallo. Hallo, es geht los. Es ist so, dass ich und Sandy, also um zu sagen Rex, wieder die gleiche Stimme haben, weil es ist wieder so eine komische Sache. Und ich bin mit ihm live. Oder sie oder er. Also im Spiel ist es nur, dass sie oder er so ist. Ich bin eigentlich bei einer. Wir haben uns beide getauft. Ich bin eigentlich bei einer. Aber ich bin da nicht. Eigentlich am Mädchen. Nein. Dann beginnen wir mit dem Handling. Doch nicht Savannah, sondern ähm... Oh, süß. Da, 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 da. Wo bist du? Ich sehe keinen Rex im Spielball. Ich bin der Radar und was. Warte, komm du zu mir. Ich bin in Savannah. Hier sieht man es. Okay. Hier. Cool, ne? Ich kann das schon bewegen. Okay. Du musst zu Savannah. Kommen. Eeh, da ist Rex. Das Ding ja. Epic. Okay. Hier müssen wir halt Tiere killen. Das war für Animals. Und das coolste ist... Ja, jemand muss mich mal killen. Ich möchte was zeigen. Ich möchte was zeigen. Du hast noch Läden. Und die Läden sind das... Irgendwie wollen mich nicht killen. So, jetzt gehen alle auf mich. Aber ich bin jetzt groß. Ich hab also zwei Läden. Zoll, dass ich jetzt ein bisschen leise war. Ich hab also zwei Läden. Oh nein. Rex, wir müssen laufen. Kommen. It's nice to get her. Bleib stehen. Jupp. Wo ist der Spawn? Hallo, ich hab gesagt, bleib stehen. Äh... Andere Seite. Oh man. Wir finden den Spawn nicht mehr. Okay, wollen wir jetzt mal eine andere Welt? Du musst noch was zeigen, Rex. Rex? 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 Rex, wo bist du? Ich bin ein Stein. Rex? Ach, da, da sieht ein Stein aus. Ich geh mal kurz in Monster Field. Ja? Ja, es kommen nicht. Monster Field. So ist die Zeit. Und das coolste ist jetzt hier, dass... Oh, bitte, dass hier ein Boss sein. Wieso? Ich schau dir zu und es ist unmöglich, ihn zu sehen. Soll ich meinen Tod? Nee. Ey, warte mal. Ist es ein Boss? Nein. Ich geh Dragon Lava und schau dir nicht zu. Wir haben deinen blauen Ball um, denn wir sind Monster und ersten Monster. Okay, ja, da, ja, da, 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 da. Jetzt geh mal gleich zum Drachen. Aber, bevor möchte ich euch nur mal einen Boss zeigen, dass er tut mir nix. Jeder weiß, dass er ein Boss nicht angreift. Also Monster. Achso, man sieht mein Level nix. Also Zombies. Wie Kira. Ja, so, Level 6. Okay, ähm, und hier. Er tut mir nix, ja? Ja. Sie können tun, was sie wollen. Die passiert nix. Na dann. Die macht laut Dragon Lava. Okay, Sandy, wir treffen uns zusammen. Wollen nennen sie immer Sandy. Okay, ist das Handy, um zu sagen. Ja, Rex Inn. Ich weiß, ich hab's zuvor gesagt. Rex Inn. Wenn man ein bisschen noch hoch geht, sieht man Rex Inn hier. Okay. Bei mir ist... Da ist der Drache. Der kann uns killen. Aber hier levelt man sich auch. Ihr müsst uns irgendwo treffen. Wartet. Ich geb ihm mal ein Like. Like. Ob ihr alle im Video machen solltet. Und auf Target. Target heißt, er zeigt dir, wo... Wo, ähm, der Ding ist. Wo im Rex ist, dass ihr Fall. Und der Fall zeigt ein bisschen Weg. Dann geh ich immer vom Kamera weg. Auf Target zu... Da ist er. Das muss man auch benutzen. Oh mein Gott. Wir sterben direkt. Rex. Oh. Wie. Ich bin hier vollgeheilt. Ah. Jetzt weiß ich, wie die Heilung geht. Okay. Jetzt gehen wir beide, ähm... Man muss auch heilen. Okay. Müssen wir jetzt also killen, Drachen? Ja, klar. Äh, wie viel Leben hat er noch? Oh, nicht viel. Der hat nicht viel Leben. Aber... Ich glaub, er hat so ein Millionen. Man sieht ja gerade nicht. Ich bin zu dem Leben leben. Ich hab mal jetzt nur einen Balken. Und das ist... Ein Weihnachtspunkt irgendwie für mich. Oh, das ist so cool. Oh mein Gott. Der möchte mich ja killen. Stimmt's, Rex? Man, äh, diese maximale, ähm, Ding. Ihr seht hier drei, aber vier, neunfünfzig ist mein Maximum. Lauf! Huh. Mir ist echt, dass hier ist. Wo ist Rex? Oh, ich bin so verschnuppt. Äh, wo ist er? Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Ich hoffe, du kommst. Eko, du kommst. Eko, du kommst. Wap, wap. Nein, ich bin die beiden Büros. Da bist du, da bist du, da bist du. Hier sind die beide anders. Ich bin zwei Arten hier im Anfang gelegt haben. Und er fliegt wieder hoch. Oh, der Jill ist voll rechts. Ich auch. Die Kinder sind wieder klein verwandelt, außer wenn wir sterben. Und er bleibt nicht zu uns gekommen. Aber dafür kommt der Drache zu uns. Warum war ich nicht da? Der Drache hat zu viel von dir, weil du zu viel redest. Nein. Von mir nicht, so rechts. Da hinten bist du. Hey, bleib. Nö, so Leute, können wir keinen zum Gesenden. Der Hacker hat zu alt. Weglau. Warum bin ich wieder groß? Ist halt nur. Die Arme. Die machen jetzt eine Taktik. Gereks, du laufst weg. Ich weiß. Ich kille, bis ich null Leben hab. Oh nein, 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 nein. Stopp. Oh nein, 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 Drecks. Oh nein, da muss ich auch mal erwischen. Nein, erst hoch. Oder? Müsst du? Wenn wir einen zu Player machen, dann gehen wir zum Monster viel langer. Denn ich möchte eigentlich nur diesen Drachen killen, dann beende ich den Part. Mhm, Leute. Echt so? Elf Minuten viel. Ich weiß nicht, ob ich lustig bin oder eher dumm. Leute, 15 ist Maximum. Hallo? Ja. Kiri bin ich. Ja. Und ich hab den Monster angesprochen. Ich bin fett, 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 fett. Okay, ich bleib jetzt mal hier. Und wir sehen, wie Rex sich anstellt. Ich glaube, ich soll uns auch wegbewegen, wenn er einen Blick zu uns schlagt. Okay, wir sind ein bisschen weg. Jetzt schauen wir, wie Rex sich anstellt, obwohl ich mich überweg teleportiere. Oh, das ist der Grund. Oh, das ist der Grund. Jetzt bin ich schon Hunger. So, ich bin dran. Jetzt bin ich schon wieder na, ich bin dran. Aber ich bin jetzt mal so. Aber ich bin jetzt kaputt. Und ich bin jetzt für mich unter anderem. Jetzt bin ich hier nicht mehr aufgeregt. Also, ich bin jetzt mal so. Und ich bin jetzt bei der Україna-Kammer. oh mein Gott wir müssen weg wir müssen weg er folgt mir er ist so cool oh mein Gott was mach ich jetzt nein bitte rex Karl dass ich zu dir kommen danke gerne du musst zur Seite und mich immer mal kahlen wenn ich Probleme hab jo oder du willst man kann halt nicht wieder klein sein außer wenn du tot bist und das ist echt cool als Zombie ähm nein ich bin tot ne dahinten war es noch dahinten war das Bein hm ok äh ich will halt nur das beenden aber äh ne Leute ernsthaft wenn ihr das nicht könnt das ist echt schwer zum killen ich geh jetzt den aber wo ist soll ich talen bitte oder hörst du mich noch nie oh jetzt bist du ein kleiner Hund das heißt sowas tot außer du hast geh aber jetzt bist du wie ein fetter Hund ne bist du nicht ich bin direkt ein Zweibchen ja hier sind wir bei dir und weil ich wollte weil direkt so als Hund irgendwie als Zombies ein kleiner wie jetzt sah er so aus wie ein normaler und jetzt ja ich möchte nicht das erste Level 11 glaube ich stimmt stimmt's ach ich ich habe jetzt alles genommen alles genommen alles genommen alles genommen David ich glaube ich kenne mich David aber er heißt nicht Marcel er heißt David Marcel David wo bist du weg da klicken ich bin weg okay dann nicht wenn du weg willst das tut ja ich war ganze zeit nur woanders hin nein ich bin tot ich bin tot ich bin ich bin ich mit diesen namen denn eigentlich bin ich hab sie rechtzeitig ein guckchen schau mich bitte an du stirbst noch mal du stirbst noch mal kira das habe ich mir ja eingedacht okay wenn wir den killen dann bin ich den vorn und zeige den robo und wir können den robo und nicht zeigen ich könnte mal ein foto zeigen wie er ich bin 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 naja es ist näher eigentlich ich wollte gerade sie sagen ja Oh ja, er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich tot, ich muss ihm auch eingreifen. Was für Lisa, wir haben keine Lisa. Ich würde nicht so viel antworten, ob er ein Robo holt, und er ist nicht neben mir, sondern er heißt Robo. Ich bin der Lärm, nur so, wir wollen ja so wie echt machen, mit so einem Mikrofon. Oh ja, Mann, ich bin der Lärm. Komm! Man sollte daran 30P bringen. Flügel. Das ist sehr viel. Komm, erst mal ein bisschen Flügel. Nein, jetzt haben wir nichts wie der Flügel. Okay, Leute, das war's von mir. Du suchst. Dann gibts einen Like. Wir machen vielleicht den nächsten Part. Ist sicher lang. Ich hab wieder auf,ansoweit. Dann, dann geht's doch anders. Also, wir machen vielleicht noch weiter. Das heißt nicht, dass es jetzt war. Bitte bleibt noch dran, wenn es geht. Also, bis dann oder bye. Bye. Gehst du jetzt den Job? Nein. Gehst du jetzt?